Meditation ist ein Weg der Selbstfindung. Es sollte nicht das Ziel sein, einen Zustand der Vollkommenheit zu erreichen, indem wir unserem Dasein noch etwas hinzufügen. Wir lernen vielmehr, das perfekte Wesen zu sein, das wir bereits sind. Uns wohnt grundlegende Güte inne, doch wir haben uns selbst in dermaßen viele Schichten aus Verwirrung und Gewohnheitsmustern verwickelt, dass es schwierig ist, sich ständig darauf zu besinnen. Die Schichten der Verwirrung zeigen sich in den unzähligen Arten, auf die wir uns von unserer gegenwärtigen Erfahrung abschneiden und die Welt in uns und die anderen aufteilen. Sobald wir auf dem Flughafen in einer langen Schlange stehen, denken wir, wer ist hierfür verantwortlich? Denen müsste doch eigentlich klar gewesen sein, dass hier so viele Leute aufmarschieren. Schließlich bucht man Flüge ja ein paar Monate im Voraus. Wie können die bloß so schlecht darauf vorbereitet sein? Das Schlüsselwort in dieser Aussage ist die. Du bist im Recht und die sind im Unrecht. Die anonymen anderen sind immer im Unrecht. Es sieht aber so aus. Kommen wir schließlich vorne an der Schlange an und dort steht eine völlig gestresste Angestellte, die verzweifelt versucht, sämtliche Leute in ihre jeweiligen Flieger zu buxieren, erweicht sich unser Herz wieder. Die ist nicht mehr gestallt und gesichtslos. Es ist diese arme Frau, die gerade freundlich zu uns ist. Wenn wir unseren Geist von unserem Ärger abkehren und der Gegenwart zuwenden, sehen wir, dass andere Leute genauso leiden wie wir. Sie alle versuchen, ihre Flüge noch zu bekommen. Diese Frau tut ihr Bestes. In einer solchen Situation kannst du mithelfen, indem du einfach nur mit allen Betroffenen präsent bleibst und dich selbst so darbietest, wie du bist. Und da du von Grund auf gut bist, hast du eine ganze Menge anzubieten. Hier kommt die Eigenschaft der Genauigkeit und Sorgfalt ins Spiel. Hier besinnen wir uns immer wieder auf diese eine zentrale Idee, in unserem Leben bis in jedes Detail präsent zu sein. Wir wenden unseren Geist ständig etwas anderem zu. Sei es, wie reif wir uns schon für unsere Mittagspause fühlen, welche Klamotten wir uns kaufen wollen oder wie viel wir von unserer langen Joggingstrecke noch vor uns haben. Wenden wir unseren Geist doch mal dem zu, was gerade jetzt geschieht. Bis jetzt haben wir unsere formale Meditationspraxis als eine Zeitspanne bezeichnet, in der wir unseren Geist dem Atem zuwenden und diesen dazu nutzen, uns im gegenwärtigen Augenblick zu verankern. Sakyong Mipham Rinpoche macht oft Scherze darüber, dass wir genauso gut rumsitzen und auf den Bus warten könnten, wenn wir unsere formale Meditationspraxis nicht mit einer gewissen Disziplin angehen. In beiden Fällen driften wir geistig ab. Der einzige Unterschied liegt im Ort. Um dieses Szenario einfach mal umzukehren, könnten wir unser Warten auf den Bus ruhig als Gelegenheit nutzen, um ein paar Minuten Shamatha-Meditation einzuschieben. Auch wenn es dabei wohl lauter zugehen wird als bei unserer heimischen Meditationspraxis, ist das ein feiner Weg, inmitten eines geschäftigen Tages ein paar Minuten lang den Anker auszuwerfen. Aber eigentlich kann so gut wie alles in unserem Tagesablauf als Meditationspraxis dienen. Wir müssen unsere Tätigkeiten nicht alle fünf Minuten unterbrechen, um zu unserem Atem zurückzukehren, sondern unsere gewohnheitsmäßigen Handlungen achtsam erledigen. Wir können unseren Geist auf die Tatsache lenken, dass wir gerade unsere Haare kämmen und es sorgfältig tun, statt einfach Gedanken verloren durch den Vorgang zu huschen. Wir können uns am Morgen äußerst bedacht anziehen und uns an dieser Tätigkeit erfreuen, statt dabei daran zu denken, was wir im weiteren Verlauf des Tages erledigen müssen. Am Ende des Tages können wir uns die Zähne putzen und diese einfache Aufgabe ordentlich ausführen, statt nochmal alles Mögliche durchzukauen, das sich davor zugetragen hat. Die Sorgfalt des Tigers kann sich darin ausdrücken, dass wir den einfachsten Aspekten unseres Lebens Wertschätzung entgegenbringen. Ab und an esse ich gerne mal ein gutes Steak. Besonders genieße ich daran, zum Metzger zu gehen und mir das Fleisch auszusuchen, es nach Hause zu bringen, es zu würzen, ihm meine Aufmerksamkeit zu schenken, während es brät, es danach einen Augenblick lang abkühlen zu lassen und es dann langsam zu verspeisen. Auch wenn das Zubereiten einer Mahlzeit für die meisten von uns ein recht gewöhnliches Ereignis darstellt, glaube ich nicht, dass ich die gleiche Befriedigung daraus zöge, einfach ein Steak im Restaurant zu essen. Es ist die Tatsache, dass ich meinen Geist der sorgfältigen und achtsamen Zubereitung der Mahlzeit zuwende, die es mir erlaubt, sie so zu genießen. Wenn wir die Sorgfalt des Tigers in die grundlegenden Beschäftigungen in unserem Leben Einzug halten lassen, wie zum Beispiel das Anziehen am Morgen oder die Zubereitung einer Mahlzeit, ändert sich unsere Geisteshaltung. Wie Chögyam Trungpa Rinpoche es ausdrückte, wir fangen an, unsere Welt als heilig zu betrachten. Durch Wertschätzung verwandeln wir das Gewöhnliche in etwas Außergewöhnliches. Wir nehmen uns eine Auszeit von der gewohnten Gedankenschleife, die sich in unserem Geist abspult. Wir nehmen uns eine Auszeit davon, uns ständig aufs Ich zu fixieren. Sehr viel von unserem Schmerz rührt daher, dass wir unser Leben mit einer Ich-gegen-die-Welt-Mentalität betrachten. Wir glauben, wir müssten uns durch unseren Tag kämpfen und die anderen Leute würden auf uns herumtrampeln, wenn wir sie unsere Anwesenheit nicht spüren lassen. Wir verschwenden einen beträchtlichen Teil unseres Tages damit, uns in Gedanken darüber zu ergehen, was wir tun müssen, weil wir Angst davor haben, zu versagen. Eine solche Lebensweise kann echt erschöpfend sein. Wir sollten unsere Annahmen und Erwartungen lockern. Ein Weg der Auflockerung besteht darin, unsere Welt als etwas Heiliges zu behandeln. Es kann erfrischend wirken, eine Pause einzulegen, einfach nur in der Welt um uns herum präsent zu sein und die Schönheit des Lebens wahrzunehmen. Wir können auf der Fahrt zur Arbeit präsent sein und uns daran erfreuen, zwei Kinder in der U-Bahn tanzen zu sehen. So ein Erlebnis muntert uns auf. Wir müssen keinen riesigen Aufwand betreiben und der exotischsten Tanztruppe der Welt nachjagen. Wir können einfach unseren Spaß an den Tänzern vor unseren Augen haben. Während wir üben, präzise und gegenwärtig zu sein, können sich schwierige Situationen ergeben. Das Leben besteht nicht nur aus Deeks und tanzenden Kindern. Es besteht auch aus Krankheit, Verrat und Tod. Die meisten von uns haben die Angewohnheit, sich vor diesen Aspekten des Lebens zu verschließen. Wir würden gerne sagen, das ist nichts für mich. Ich wende meinen Geist mal lieber anderen, angenehmeren Dingen zu, bis sich diese Situation aufgelöst hat. Wir alle haben unsere Fluchtwege. Einige von uns sehen fern, andere kauen auf ihren Nägeln, wieder andere nehmen Drogen. Nachdem wir unserem Fluchtplan gefolgt sind und denken, wir hätten die schwierige Situation erfolgreich verschleiert, ist der Schmerz aber immer noch da. Er wartet im gegenwärtigen Augenblick darauf, sich mit uns zu treffen. Dieses Meditationszeug, das wir geübt haben, ist genau für eine solche Situation gedacht. Bekommen wir zum Beispiel mitten in der Nacht einen Anruf, weil unser Vater mit einem Herzinfarkt ins Krankenhaus eingeliefert wurde, müssen wir in diesem Augenblick mit unserem Schmerz in den Ring steigen. Wir stehen ihm direkt gegenüber und müssen es wie Krieger austragen. Das Komische daran ist, dass der beste Weg, den Schmerz, den wir fühlen, umzuhauen, darin besteht, nichts zu tun. Statt wütend auf den Schmerz zu werden oder ihm den Rücken zuzudrehen, müssen wir einfach nur präsent mit dem bleiben, was wir fühlen. Vielleicht verpasst uns der Schmerz ein paar Schläge in den Magen. Vielleicht fühlen wir uns, als müssten wir kotzen. Aber wenn wir mit unserem Schmerz präsent sein können, erschöpft er sich. Er hängt durch, gerät ins Straucheln und bricht schließlich zusammen. Wenn wir unserem Schmerz nicht ausweichen und uns auch nicht an ihn klammern, sondern uns einfach nur gestatten, ihn zu fühlen, durchlaufen wir einen intensiven Heilungsprozess. Der Schmerz spült über uns hinweg wie eine Welle und wir kommen unversehrt am anderen Ende heraus und fühlen uns dadurch besser. Der Krieger, der den Tiger verkörpert, weiß, manchmal ist das Beste, was man in bestimmten Situationen tun kann, nichts zu tun. Wenn dein Vater in Tränen ausbricht, weil er Angst hat zu sterben, besteht mitfühlendes Handeln nicht unbedingt darin, in Gedanken schon mal einen Ernährungsplan für ihn aufzustellen, der seinem nächsten Herzinfarkt vorbeugen könnte. Dein Vater hat wahrscheinlich nur das Bedürfnis, sich Luft zu verschaffen. Und wirklich gütig wäre es, sitzen zu bleiben und ihm zuzuhören. Zuhören ist in unserer Gesellschaft eine verlorengegangene Kunst. Der Tiger weiß, wie das geht. Er kann ganz lange still daliegen und den Geräuschen des Dschungels lauschen. Danach kennt er die Gegend und weiß genau, wann und wie er zuschlagen muss. Auch wir können den Menschen, die uns etwas bedeuten, eindringlicher zuhören und dadurch lernen, wann Handeln Sinn ergibt und wann die mitfühlendere Alternative darin besteht, nicht zu handeln. Dschungelsen 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 Untertitelung. BR 2018